Wunderschönen guten Tag zusammen. Wir spielen weiter bei NBA. Ich habe das. Ich weiß, wie ich das behandeln kann. Okay, ja. Okay. Ich denke, bis heute ist es keine gute Idee, mit jemandem zusammen zu sein, dessen Job man teilt. Ja, das ist meine Ansicht, ja. Man kann ja jeder Ansicht sein, aber gerade so eine Reporter-Spieler-Beziehung ist ganz schwierig. Wer hat das gefilmt? Datenschutz-Verordnung sagt Nein. Was wollte denn? Ich denke, ich sollte nur wissen, wer das recordiert. Was habe ich dir gesagt? Was habe ich dir gesagt, als ich dich aufgenommen habe? Ich habe über Disziplin, Kontrolle und Respekt. Du hast keine Disziplin oder Kontrolle. Du hast nur meinen Respekt verloren. Und was anderes? Du hast dein Platz auf diesem Team verloren. Was? Ah, das war der Karriere von NBA. Für dieses Jahr? Ich bin kein Star-Player, der einfach nur ein paar schlechte Tweet hat, Nicky. Ich bin niemand. Wenn du niemand bist, sie haben keinen Grund. Sie brauchen nur eine Grunde, nur zu sagen, nein. Und ich habe es serviert. 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 Ich habe es einfach... Du hast gesagt, du hast nichts gesagt. Was? Was? You said ich, das Video war? Das ist wahr? Ich liebe es sogar. Das ist das dein 일. Das ist das du an. Du hast dasiskommen. Du hast das Lort. Du hast das zu Karte verfolgt? Bei ein paar Re-Tweets. Was ist das mit Ihnen? Weil die Video kam. Es hat die Marke. Du hast es jetzt verankt. Auf dem Punkt, blaue Marke. Ja, das stimmt ja so nicht ganz. Die hat ja nur drüber geschrieben. Was meinst du? Nein, das ist ein cooles Bild. Und jetzt? Markus, die legend? Hm? Ich bin nicht mehr auf derselben Position. Was meinst du? Du bist glücklich zu sein, dass du dich nicht mehr auf dich bist? Du bist glücklich zu sein, wenn du dir gesagt hast, dass du nicht das gleiche machen würdest. Also, checkmate. Okay. Game over. Oh, man. 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 Der kleine Leichensehende Junge. Der ist ne Snitch. Das gibt's ja nicht. Ich habe einige alte Videos. Ich kann es funktionieren. Ja. Was ist dein Name? Was ist dein Name? Das erinnert mich sehr an Shire, Leboeuf. Ich hätte nur noch Duits schreien müssen. Das ist A.I. kommt von Indiana aus dem Weg nach China. Es wird nur ein Zeitpunkt sein, bevor die NBA sieht, was ich kann. Fort Wayne? Nein, nein, nein. Ich kann nicht warten. Corey Harris, ich komme für dich. Du bist gleich neben dem Markus Young. Nein, das ist nicht ich! Hey, excuse me, hey. Your busboy, Zack Coleman, ist er hier? Nein. Wann wird er zurück? Ich muss ihn mit ihm sprechen. Ich weiß nicht, er ist in der NBA, lege seinen Traum an Markus Young. Wir sind alle sehr stolz. Markus Young? Ja. Das ist was er gesagt? Ja. Was war mit dem Speerleiter? Oder warum? Milch. Das ist ein Wort, mein Partner. Ich kann nicht warte, um zu sehen, was die seine Stadt herbekommen wird. Ich versuche, die andere zu finden. Ich bin sehr glücklich, mit dem Spurs mit den Spurs zu sein. Ich meine, ich bin auch glücklich, dass es am Jungen Spiel hat. Das gibt es so. Das ist wirklich eine Art. Der Traum kommt, dass ich hoffen, sehr glücklich darüber bin. Das ist die Möglichkeit, hier zu diesem guten Ball-Legasie sein. Alles, was Popowitsch... Ich will jetzt echt wissen, wie es weitergeht. Mach. Ich bin ziemlich wunderschön. Ich habe mich in der Publikum mit Karrier Kryptonite gesehen. Nicht vergessen, dass Fort Wayne die meisten liebt. Genau. Ein altes Junge in der Burger-Sendung hat mir heute einen vollen Preis. Earl? Er hat nie einen vollen Preis. Ja, und dann hat er mich einen Etcher für Pickles gegeben und er hat gesagt, Have a nice day, IA. Das habe ich nicht total get, aber ich glaube, war ein Verzicht. Nein, ich glaube, das ist nur Earl. Er nennt mich Burt. Selbst wenn ich ihn korrekt habe, er ist immer noch so, Have a great day, Burt. Also, was y'all doing hier? News. You hear about this guy? Nein. Was? About himself a Fishing Boat. Ja, sieht aus, dass ich nicht in der 12-Mann-Spot bin. Also, es ist vorbei. Ich gehe zu den Chancen, ich lasse meine Belein. Hast du noch mehr Platz? Nein, 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 ich habe das Gefühl gemacht. Es ist eine Slippery-Slow-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier. Oh, Baby. Das klingt gut. Look, ich sage nur, ich weiß nicht wie zu Fisch, und ich werde Seasick, aber ich habe es schnell gelernt. Du hast nicht gehört, was ich gesagt habe, hast du? Hey, du wirst nicht spenden, du Zeitst du Zeitstuhl, wasst deine Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier-Karrier. AI. Ich habe keine Offen, Mann. Die Saison ist fertig für mich. Ich weiß, Mann. Vielleicht meine Karrier ist fertig. Wenn wir gut durchführen, dann wird er für ein Training Camp in einem Monat. Es geht nicht, wie laut ich schreie, wenn niemand will es. Read das. Was ist es? An article. Ich werde es auf dem Tape, die Zack und Markus haben. Wait. The audio? Du warst... Ich habe ein paar Fragen. Ich hatte ein Freund von mir, und provee dass dein Rant war. Das ist... Nicky, danke... Danke. Danke. Was sie getan hat, ist falsch, und sie verdient zu sein. Look, Nicky, ich... Wherever du endest, versuche dich zu erinnern. Mit diesem Ort. Diese Lachen... Make sure, sie bleiben von dir. Hallo? Okay. Oh, Chicago! Was machen wir denn in Chicago? Welcher Imbiss-Fritzer hat uns jetzt wieder angerufen? Ach! Hast du Probleme mit mir gefunden? Es ist ziemlich schwer zu erinnern, bruh. Du zeigst mir etwas zurück in Shanghai, als du mich aus dem Dump hast. Ich wusste, die Idee von einer größeren Bildung war in dir. Das war's. Das war's. Ich habe das Gefühl, hier und da. Du sahst gut. Fokussed. Auf pointe. Und dann... Es funktioniert wie ich hatte. Das ist all. Ich wusste, was was off. Ich hab Tatum. Er sagte mir was passiert. Wie hat er sich gegen eine Dragon gemacht hat. Wie hat er sich in fronten an den Scouts hat. Wie hat er Marke shine. Und wer ist dein Gym? Ich habe ihn. Ich habe ihn. Wir haben ein Spiel leften. Das ist für den 8th Spot in den Spiel. gegen die Spurs. Und Markus Young. Hm? Er ist aufgelenkt. Jeder Spiel machten größere Zahlen. Wenn er 100 spielt, er wird uns. Der Mann, der sich die Garten hat, ist weg. Was? 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 Ihnen eine dying时候, Ai? Du ermerstします. Was? 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 Phi Names? Är! Är! Ä! Ä! Șfor? Was? Ja, lass mich doch spielen. Ja, ich weiß, dass wir nicht zu einem guten Start haben. Bist du nicht? Ich habe keine Probleme mit deinem Drama. Jetzt bin ich mit Hoagie. Bestes von jedem Welt. Okay, das ist gut, das ist gut, ich bin glücklich. Und ich wollte nur sagen, dass du ein Start-Place in der Line-Up für Süd Bay hast. Was? Ich habe deine Hand. Oh, okay. Du gehst da da und du siehst, Laker. Danke. Jetzt ist das schwer. Und du musst hier bleiben. Hä, wieso wurde er denn da? Ich bin echt hart verwirrt. Also, wir waren jetzt in Chicago bei dem Typen, der uns vermittelt hat, wie da Lakers... Nein, Mann, ich habe bereits gesagt, Marcus Young ist nicht für nichts weniger als 50.000 Dollar. Also, wird er die Fahrt behalten? Okay, ja, er wird es denken. Das sieht aus, als hätte er den Geist gesehen. Ja. Das ist großartig, Mann. Das ist großartig, großartig, wow. Schau an dich. Ich bin stolz. 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 Das ist großartig. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Der macht auch geile Sachen, Shaq Fu Aha, mein Gott Schlage Marcus Young und die Spurs Beweise, dass es in der Liga ist Er hat einen Mitspieler nur von B plus oder besser Oh, Sachen, die wir eventuell erreichen können Ich will da jetzt nicht sagen, so easy peasy Aber los geht's Ich hab Bock Ich hab eigentlich Lust, den unangespitzt den Boden zu stampfen Musik ist auch gut Das passt einfach alles Ich weiß, man spielt ein bisschen wenig Es ist echt viel Story Erinnert mich ein bisschen an so Bei Madden hatten wir das letztes Jahr Aber ist gut Und es könnte halt auch so Das ist dann auch mal so ein abgeschlossenes Story-Ding Nicht so wie letztes Jahr bei NBA Wo einfach irgendwann nichts mehr weiterging Sondern einfach diese generischen Sachen wieder kamen Oh Und man seine Gehaltschecks geholt hat Also hier könnte es halt damit enden Yo, bist jetzt hier in der NBA Viel Spaß beim Spielen Los geht's Das gefällt mir sehr gut Jetzt wird auch mal länger geladen Holy fuck So, komm Aber dass sie sich entscheiden mussten zwischen Marcus Young Der irgendwie War der Point Guard? Keine Ahnung Und im Center So, wir brauchen halt einen Hey, 2KTV Das habe ich noch gar nicht gesehen Endlich wieder Hey guys, welcome to NBA 2K19 I'm Rachel And this is NBA 2KTV Your source for in-game updates Expert tips And exclusives With your favorite NBA person Keine Ahnung Janice We're excited to be back Bringing you guys brand new episodes Every single week All season long Let's start with what's new In NBA 2K19 We have all the modes that you love With even more to explore Ja, das gucken wir uns alles später an Der ist ja schon fertig mit Laden Normalerweise kommt es eigentlich in Laden Boah, jetzt wieder der geile Blick von Shaquille O'Neal Ja, waaat Natürlich spielen wir direkt für die Lakers gegen die O'Neal Und für Los Angeles Only one win in their last six games They know they can play much better Der Standard Lakers, hey, ne? Wait, wait, wait Sind die jetzt schon in der Saison? Ja, lass mal anfangen Aber sind die jetzt schon in der Saison Quasi nach Dem Trade-Kram Spielt jetzt LeBron schon da? Lass mal, Marcus Please Die holen den einfach so für'n Für'n Okay Ja, bisschen torten ist mir egal Oh fuck, ich hab nicht aufgepasst Ah, sehr gut Oh, nicht gegen den Vogel Gegen Gesell Da waren meine ersten LBL-Punkte Aber irgendwie Ist die Mannschaft komisch Oder ersetzt der LeBron Okay, Gesell ist schon ein bisschen körperlicher Schön Ich kann ihn nur nie auseinanderhalten Das ist nicht Das ist Marc, oder? Wir haben es da eigentlich Plötzlich spür für die Lakers Oh Mann Da komm ich doch nicht drauf klar Okay, B-Plus müssen wir schaffen Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich bekomme Aber da ich Starting Five bin Sollten das eigentlich nicht zu wenig sein Schöner Block Oh, ich hab ja noch den Ball Ich dachte, den hätte ich schon abgegeben Ich hab doch grad den Ball bekommen Dann zählt es immer noch Oh fuck you Hey, ah, nee, das kann ich stimmen Ginobili hat aufgehört Block Wuuu Ja, gib nicht mir den Ball Wäre größer gewesen Hier Schade Er war auch zu spät geworfen Der blockt mich nicht mal ein Foul Krass Oh, jetzt steht er die ganze Zeit frühe Spiel doch nochmal ab Okay, Spiel Der holt da hinten alles Rauchs Ja, und da ist natürlich die Späule Shit Uuuuh Oh Ah, nur Old Dang? Der war doch mal bei Chicago Ach, guck mal, endlich Was machen die Haare Was machen die Haare? Na ja Haben die einen Ventilator vor sich? Also es sieht etwas besser aus, aber Haare sind halt unheimlich schwierig Wuuu, Cheerleader Lol, Dang, Spiel bei den Lakers? Okay, ich hab viel nicht mitbekommen Einfach auf die Patsche Hand gehauen hat er mir Wäre schön, wenn ein Basketballspieler jetzt auch so auf den Boden fallen würde Oh 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 Und jetzt ist er das, was er ist, was er ist, was er ist. Mills ist in der Spur. Kevin, wir sehen uns die Erfolg aus der G-League, aber wenn es zu AI kommt, das ist auf ein anderes Ebene. Ich meine, die Fassion, die er bringt wirklich auf jeden Mitglied auf dieses Team. Du wißt du, eine Sache sicherlich ist, dass die G-League immer noch sein kann sagen, dass AI seine Karriere mit uns. Jetzt ist AI, die in die Arbeit, aber ich glaube, es spricht auch an die Möglichkeiten, die wir haben. Und er wird nicht so etwas an die Möglichkeit von D.E.K. Isaiah, spiel doch zu mir. Ich muss jedes Mal den Ball fordern. Hier! Wie frei soll ich ihn noch stehen? Ihr dürft auch so zu mir passen. Noch sieht's gut aus, aber vier Punkte sind echt nichts. Hey, 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 hey. Ich hab das schon einige kleine Spieler. Ja, ich hab gesagt, der hat wirklich gut auf Spaß gemacht. Ja, ich hab ja die Intrater überhaupt nicht gut gespielt. Ich hab es so acht Pfeifel zu zeigen, dass er topspieler ist, egal wie das zählen wäre. Und zwar oder Cool, der zweite Karte beginnt. In nur ein Moment. Und in den Augen schauen wir uns das Los Angeles weiterflassen. Was haben sie gemacht? Wie haben sie gemacht oder nicht gemacht? Ich hab sie gemacht. An extremen Verteidigter, oder nicht gemacht. Was war das denn? Okay. Guck mal, wir haben 14 Punkte draus. Wird der denn jetzt seinen ersten oder zweiten Wurf? Mist, normalerweise sagt der Schiri das, ne? Two Shots oder so, ja. Das waren die ersten Punkte von Young? Lass mich. Oh ja. Guten alten Zeiten. Der kennt sie wie sie nicht. Das war so ein Floater, ne? Boah, die habe ich früher schon gehasst, wie die Pest. Echt schwer. Ein Ball. Das den da nicht... Ich will da jetzt nicht in die Mitte gehen müssen. Also jetzt schon. Oh, naja. Oh, naja. Oh, das ist ein paar Sorgen. Das ist Popovich. Hier ist Greg Popovich. Pop, what do you like and not like about how your team has played so far? Too many Turnovers. But I think we've got a decent pace. Thanks for your time, Pop. Back to you, Kevin. Thanks for the great interview, David. And we'll be back for the third quarter of basketball. Das fand ich... Aber war das im Preseason-Game bei den Patriots? Das war so geil. Ähm, als im Interview in der Halbzeit, als die, ähm... Ähm, als der Coach, also was hat er noch gesagt? Als Belichick meinte? Ja, jetzt waren halt irgendwie... Was haben sie denn irgendwie... Was ist ihre Kommentare? Genau, die haben gefragt, ihr Kommentar zur ersten Halbzeit. Das war halt scheiß Football. Das war sehr kompensar. So, jetzt... Ja, jetzt spielen wir guten Football vielleicht. Ich will da wohl. Ach, Alter, du lässt dich auch einfach so verarschen. Da auch wieder. Dieses kleine... Dieses so leichte Weg-Zurück-Buch. Das ist definitiv... Das gefällt mir gut. Ja, egal, was hier drin war. Da hab ich den Jan geblockt. Da muss man ja nicht mal springen. Shit, wir müssen ein bisschen weiter rumstehen. Das ist ja... Das war aber, glaube ich, auch schon wieder knapp mit der Drei-Sekunden-Regel. Ey! Ich spiel gut. Das ist ja immer schön. Ich hab doch gar keinen. Ich spiel gut. Ich spiel gut. Ich spiel gut. Ich spiel gut. Jawohl! Könnte ich auch, wenn ich animiert wäre. Was war das für ein Pass? Der Eisaiam. Oh! Ich hab den Ball. Beim Einwurf gibt's dann die Fünf-Sekunden-Regel. Manchmal eier ich halt ein bisschen rum, aber... Was kann der denn? Ich find das ganz schön, wenn ich mal wieder angezeigt bekommen würde, was mein Gegenspieler kann. Das gab's. So, kann der werfen? Rudi Gey hat es noch gar nicht machen müssen. Oh. Ne, da wollte ich das nicht. Okay. Boah, again. Jetzt wird langsam knapp. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. Was war ich jetzt gerade? Okay. Wer war denn da? Ah, egal. Na ja, du machst das schon. Boop! 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 Geben wir den Ball vorbei. Boop! Ja, ich würde sagen, das wäre der Fall, Kevin. Ich agree mit dir. Ich meine, er ist mehr scorecentraler. 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 Ich meine, das ist gut gelaufen. Auch wenn es gefährlich war, der... Ach, egal. Hat geklappt. Hahaha, verdammt. Ich dachte mir gerade, okay, mein Mitspieler steht ja direkt vor dem. Da habe ich gesehen, oh, der ist nur halb zu groß. Die Defense ist halt nicht so gut, aber... Ja. Ja. Das war knapp. Pass zum Foul. Meins. Also, das Spiel können wir ja kaum noch verlieren. Brauch mal. So habe ich gesagt, wir können kaum noch verlieren. Ich habe Angst vor meiner nächsten Auswechslung. Ich glaube, der will einfach nur selber. Die Würfe werde ich nie selber nehmen. Oh. Ach, ich bin so gespannt, was es nach dem Spiel so gibt. Ja, komm mal weiter. Assist of the game. Assist of the game. Das war der Assist of the game. Das war der Assist of the game. Joa, okay. Oh mein Gott. Ob das auch wir gewinnen. Hey, nehmen wir doch nicht meinen... ...Über. Oh, sehr schön. Das Geile ist ja, dass die Amis auch bei so einem Spiel standen. Also jetzt... ...ja, noch nicht so unbedingt, aber... ...auch wenn du zu hoch gewinnst, gehen die auch aus dem Stadion. Weil es sehr langweilig. Wie hat er mich denn gefoult? Also, der ist doch schon hochgesprungen und dann wollte ich nochmal werden. Okay. Da! Der ist... ...ist der nicht in der Luft nochmal gesprungen? Egal. ...ist der nicht in der Luft nochmal gesprungen ist. Und es ist schwer, nicht zu erheben, aber die Unkonsistenzie ist frustrierend. Vielleicht der Mann, der das am besten epitomiert, ist Lance Stevenson. ...ist der nicht in der Luft nochmal gesprungen ist. Ich finde das übrigens in diesem Teil auch mal eine richtige Rivalität. Also, äh... ...man hat wirklich einen Gegenspieler und nicht einfach nur... ...du wurdest gepickt und ich nicht. Ja, you know what, I'm a bit of a traditionalist here. I'm open to change, but... ...I think there would need to be more rationale behind the change than what I've heard or read. So I think keeping it the way it is is fine. So I... ...the tradition aspect of it is what I'm hanging my hat on. Das dealt einer schneller als sein Schatten. 1500 Fans hat das gebracht. So in my opinion, we should stay with the competition for now. Wer kriegt den für den Dank? 5000? Da war der Korb eigentlich gar nicht frei. ... Der Lakers mit der Rebound. Der Öl auf dem Glas ist die Unterschiede. Es hat ihnen diese Liga gefordert, um diese Liga zu bauen. Und wirklich eine Reflexion des ihrer superioren Effortlevels zu diesem Punkt. Es scheint mir, dass sie nach diesem Wunsch ein bisschen mehr nachgegangen sind. Hey, der Sieg ist noch nicht sicher. Das... Oh... Wieso nehmt ihr denn jetzt... Was ist das denn für ein Timeout? Wer hat das denn genommen? Oh... Das Skript... Hey, keep it tight. Don't let up on Marcus. You got that? Yeah, we clear. I understand. All right, man. Now look, let's bring this W home. Bring it in. Let's do it. Ready? Ready? And Los Angeles with some changes. Zubat's been checked in for AI. Haldwell Pope comes in for Brandon Ingram. And it's Tyler Ennis in for Ball. San Antonio also making some changes. Laverne... 72, 38... Pff... One item that stood out. Their ball moved. Things are definitely clicking. And more importantly, it makes it really hard to defend. It's your fucking union now. It's your champion, you know. Get your hands to me, bye. Wirf. Sonst wir das Spiel nicht wieder auslaufen lassen. Immerhin zwei ist es. Ha, ha, ha. Easy. Aber ich meine, es ist ja auch easy, aber... Schade. Ein Punkt mehr wäre ein Doppelspieler. Finde ich witzig. Nice. Also, Spiel gewonnen. Mal gucken, was hier Kollege Young sagt. You're nice. Thank you. Thank you. Ja. Boah, ich wäre jetzt gerne so asshole-like und würde ihm das unter die Nase reiben, aber... Ja. 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 What brings you here tonight? I'm just gonna check out the new talent. This is the future at the cave right here. Stop recording my face, Phil. This is your boy, right? This is Starm. AI, you had a tremendous game tonight, and I'm sure there are many more to come. But let's start with your name first, AI. What does that stand for? Money. Ja, war doch geil. Morgen geht's weiter. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Um, ich verballer immer die, ich verballer immer die Zeiten. 14 Uhr. Also bis 9. Guck mal noch ein bisschen die Plaketten. Die Wurfplakette, die Freiburg-Plakette, die brauche ich. Ich muss das trainieren. Anderen Freiburg vielleicht mal auswählen. Ja, aber schneller. Stimmt, das war jetzt auch ein volles Spiel. Da, Freiburg 800 von 5000. Ach du Kacke. Naja. Bis moin. Vielen Dank.